Ich bin Patrick Beurer und ich versuche heute in Donau-Eschingen einen Weltrekord aufzustellen. Ich versuche so viele Crossover im Sitzen wie möglich zu machen, mit einem Fußball innerhalb von einer Minute. Ich schieße dabei mit meinem rechten Bein den Ball nach oben und kreise dabei mit meinem linken Bein so oft wie möglich um den Ball. Um einen Guinness World Record anerkennen zu lassen, muss man verschiedene Richtlinien erfüllen. So werden heute viele verschiedene Schiedsrichter vor Ort sein, aber auch Fußballexperten und Regierungsbeamte, die dann den Weltrekord hoffentlich anerkennen. Jungs! 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 Bis zum nächsten Mal.